Hallo Athleten! Willkommen zum YouTube Channel von Crossy Passau. In diesem Video erkläre ich euch, wie man die Ape Squads with Extended Arm Races macht. Diese Übung ist eine Änderung zu den normalen Ape Squads. Zu den Ape Squads haben wir auch ein anderes Video in unserem Channel. Aber bei dieser Variante gehen wir in der Ape Squads Lower Position. Also wir die Hände den Boden berühren, aber dabei müssen wir mit stabilen Rücken, stabilen Schultern unten bleiben. Und beim Sprung, wenn wir oben sind, müssen wir auch unsere Arme komplett ausstrecken, oben. Das bedeutet, wenn wir die Übung machen, schaut so aus. Das sind die Ape Squads mit Extended Arm Races. First Pass.